Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Michael Windisch und heute sprechen wir über Short-Selling. Das letzte Jahr war für Anlegerinnen und Anleger alles andere als einfach. An den Börsen ging es meist Steilbürger. Aber ist man fallenden Kursen wirklich immer auf Gedeih und Verderb ausgeliefert? Sogenannte Short-Seller beantworten diese Frage auf jeden Fall mit Nein. Denn sie gewinnen genau dann, wenn Aktien, Branchen oder ganze Währungen fallen. Wie genau das funktioniert und ob auch ihr davon profitieren könnt, das klären wir heute mit Josef Waldstein. Er ist Managing Director bei einer Wiener Investmentfirma namens SMN Investment Services. Herr Waldstein, Short-Selling, das ist wie so vieles in der Finanzbranche ein englischer technischer Fachausdruck, der sich vielleicht nicht beim ersten Hinhören erschließt. Auf Deutsch sagt man Leerverkäufe dazu. Das ist jetzt auch nicht wirklich intuitiv verständlich. Können Sie uns in zwei Sätzen erklären, was ist Short-Selling eigentlich? Die Logik ist eigentlich das Gegenteil von Long. Und Long ist, wenn man von einer steigenden Kursentwicklung profitieren will. Und Short ist genau das Gegenteil. Ich möchte von einer fallenden Kursentwicklung profitieren. Das ist die Logik dahinter. In der Praxis oder in der Umsetzung gibt es Unterschiede. Aber ich glaube, über die sprechen wir dann eh noch. Das heißt, ich wette darauf, dass ein Unternehmen in eine Krise schlittert und dann der Aktienkurs fällt und ich davon profitiere. Das ist ein Teil. Aber an sich geht es eigentlich wirklich um eine Kursentwicklung. Und die Kursentwicklung kann jetzt sein Aktien. Aktienkurses kann aber genauso sein der Ölpreis oder Zinsentwicklung oder andere Rohstoffe, Anleihen, alles Mögliche. Es geht wirklich darum, dass man versucht oder man hat. Es gibt die Spekulation im Raum, eine bestimmte Kurszeitreihe. Wie gesagt, sei es Aktien, sei es Öl, sei es Zinsen, die fallen. Und ich möchte davon profitieren. Und wie läuft so ein Short Sale ganz konkret ab? Nehmen Sie uns da bitte mal mit. Die reine Form des Short Selling, und da sind wir involviert, weil ja schon oft angesprochen wurde, Aktien. Und Aktien bei Definition sind ja Wertpapiere, Urkunden. Das heißt, damit ich von einem Fall, Kursverfall einer Aktie profitieren kann, muss ich die besitzen, weil sonst kann ich davon nicht profitieren. Das Problem ist, wenn ich sie besitze und sie fällt im Wert, habe ich einen Verlust. Das will ich ja nicht. Daher besitze ich sie, ich verkaufe sie und kaufe sie später wieder zurück. Das ist so die Logik. Das heißt, in der Praxis, ich habe eine Idee Wirecard. Das ist eines der berühmtesten Beispiele im Aktienbereich. Aufgrund meiner Recherche, Bilanzkennzahlen etc. etc. komme ich zum Schluss Wirecard, der Kurs, sagen wir mal bei Hausnummer 30. Das sollte eigentlich bei 5 stehen oder bei 0. Das heißt, ich frage jetzt meine Bank oder mein Depot oder meinen Broker, bitte besorge mir diese Wirecard-Aktie. Ich habe sie nicht und ich möchte sie mir ausborgen von irgendeinem anderen Broker, von irgendeiner anderen Depotstelle. Das macht der Broker für mich. Er fragt herum mit seinen Kontakten. Da gibt es eigene sogenannte Tische, Wertpapierleihe-Tische bei den großen Brokerhäusern, die nur das machen. Er fragt sie mich herum und dann bekomme ich, sagen wir mal, die Bank A, borgt meiner Bank B, die Aktie und sie gibt sie mir, die Aktie. Ich verkaufe sie am Markt, an der Börse, zum Kurs von 30, habe aber gleichzeitig die Verpflichtung, dass ich dieses Wertpapier, diese Urkunde, die habe ich mir nur ausgeborgt. Die muss ich an irgendeinem späteren Zeitpunkt wieder zurückgeben, wie an meiner Bank, an die andere Bank, weil die gehört ja nicht mehr. Ich habe sie mir nur ausgeborgt. Und daher ist halt dann meine Hoffnung, sobald die Wirecard-Aktie gegen 5 oder sinkt oder gegen 5 Euro geht oder gegen 0, 0 ist bloß, also 1 Euro, kaufe ich sie am Markt billiger zurück, habe nun diese gleiche Aktie, das ist die gleiche Aktie, die gleiche Urkunde, das ist die gleiche Wertpapier, was ich mir ausgeborgt habe, gebe diese Aktie zurück und habe den Profit im Unterschied von der Kursbewegung verdient. Aber das ist jetzt spannend. Ich verkaufe etwas, was mir eigentlich gar nicht gehört, was ich nur ausgeliehen habe. Richtig. Wie geht das? Deswegen heißt es auch Wertpapierleihe im Deutschen und diese Übersetzung Short Selling zu Wertpapierleihe ist genau in dem Aktienbereich, in diesem engen Bereich, der eigentlich für Privatverleger eigentlich nicht geeignet ist, ehrlicherweise. Dort ist die Übersetzung auch korrekt. Es ist so, wie ich gesagt habe, ich borge mir was aus, ich bin temporär der Besitzer, verkaufe sie am Markt und muss sie aber irgendwann zurückgeben. Diese Urkunde, dieses Wertpapier, deswegen heißt es auch Wertpapierleihe. Und der Unterschied in der Preisentwicklung, wo gehört er mir? Der Punkt ist nun, der sie mir geborgt hat, die Bank, der verlangt natürlich Sicherheiten, also ich muss Sicherheiten hinterlegen. Ich bin auch zuständig für den Zeitpunkt, wo ich sie mir ausgeborgt habe, die Aktie und verkauft habe, bin ich auch zuständig für Dividendenzahlungen, die vom Unternehmen ausgeschüttet worden sind. Und ich muss auch eine Leihgebühr zahlen. Also es ist relativ teuer oder kann teuer sein, weil diese Leihgebühr ist abhängig von der Attraktivität der Aktie für bestimmte Lehrverkäufer. Und das heißt, der Kurs dieses Wertpapiers, wenn man jetzt beim Beispiel der Aktie bleibt, muss dann so weit fallen, dass eben auch diese Leihgebühr, dass die eventuelle Dividende, das alles damit abgedeckt ist. Und es gibt noch einen Punkt, der Leihgeber, also der Verleih hat auch das Recht, jederzeit diese Aktie von mir zurückzuverlangen, weil er sie vielleicht braucht. Jederzeit? Ja, das ist mein Risiko. Okay. Deswegen, zurückzukommen zur Einführung, in der Theorie ist es die Gegenposition zu einer Longposition, ich möchte von steigenden Kursen profitieren, ist hier die Theorie, ich möchte von fallenden Kursen profitieren. Nur die praktische Umsetzung ist ungleich riskanter und komplizierter. Auf die Risiken werden wir eh noch später genauer zu sprechen kommen. Was mich jetzt interessieren würde, Sie haben das Beispiel erwähnt, der Bayer Card Aktie oder einer beliebigen Aktie, die bei 30 steht. Sie sagen, die ist aber eigentlich nur 5 Euro wert. Wie gehe ich da eigentlich vor bei der Einschätzung, dass ich sage, die Aktie ist nicht das wert und den Preis, der jetzt gehandelt wird. Wie komme ich da drauf? Das hekt von ihrem Anlage- oder Veranlagungsstil ab, von ihrer Logik, Methodik, wie sie oder wie der Anleger zu seiner Entscheidung, Veranlagungsentscheidung kommt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die älteste auf der Welt eigentlich, seitdem es Börsen gibt, ist die Beobachtung von Preisbewegungen. Also man reiht aneinander in einem Chart oder mittlerweile an Computern mittels Computerhilfe die verschiedenen Preisbewegungen abfolgen. Tageskurse, das kann auch unter dem Tag sein und versucht daraus ein Muster zu erkennen. Ja, Trendanalyse, da gibt es verschiedene Methoden. Das nennt man die technische Analyse. Das ist eigentlich die älteste Anlagestrategie der Welt. Und die zweitälteste, wenn man so will, ist dann, die ist eigentlich geboren worden 1934 durch ein berühmtes Buch von Graham und Dodd, das ist übrigens der Doktorvater von Warren Buffett, die Bilanz-Kenten-Analyse. Ja, dass man eben versucht mit, nennt man auch Fundamental-Analyse, die Firma zu bewerten und dann zu sehen, okay, was ist meine Meinung, was ist sie wert und wo steht der Markt? Das sind so die zwei großen Themen. Und je nachdem, welchem Anlagestil man anhängt, kommt man so zu seiner Entscheidung. Also da schaue ich mir dann zum Beispiel Kurs-Gewinn-Verhältnis an. ZB, genau. Die haben mich jetzt schon anklingen lassen, es ist für Privatanleger nur begrenzt ratsam, sich am Schwarz-Selling zu versuchen. Wenn ich mir jetzt allerdings diesen Podcast anhöre und mir sage, klingt spannend, würde ich gerne probieren. Wie fange ich da an? Ich glaube, man muss definieren, was man überhaupt oder in welchem Bereich man erwartet, dass Kurse fallen. Ist es bei einzelnen Aktien, ist es bei Aktienmärkten, also Aktienindizes, oder ist es überhaupt in einer anderen Anlageklasse, wie im Rohstoffe, wie im Zinsen, wie im Währungen. Ja, gibt der genauso. Und das Short-Selling, was ich vorher beschrieben habe, diese Wertpapierelei, die gibt es per Definition nur bei Urkunden, bei Wertpapieren. Und wo gibt es Wertpapiere? Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und das war es im Wesentlichen. Und das ist sehr kompliziert, dieser Prozess, wie ich es gerade beschrieben habe. Es gibt aber einfache Möglichkeiten und das ist über die ganze Welt der Derivate. Im Derivate-Bereich gibt es zwei große Gebiete. Das sind sogenannte Delta One, das sind Futures und es gibt Optionen. Was ist der Unterschied zwischen Futures und Optionen? Bei Futures habe ich die Verpflichtung, meine eingegangene Wette zu erfüllen, sei es kaufen oder verkaufen zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Optionen habe ich das Wahlrecht. Das ist der große Unterschied. Und mit diesen Derivaten kann ein Privatanleger schon theoretisch auch seine Meinung, dass etwas fällt oder fallen wird, im Kursverlauf umsetzen. Und noch einfacher wird es gerade in Aktien oder anderen Essay-Klassen gibt es das auch, Öl oder Zinsen, dass der Privatanleger oder wer auch immer es ist, die Hilfe seiner Bank in Anspruch nimmt oder von anderen Banken, die Lösungen dafür anbieten. Das sind normalerweise Zertifikate, wo schon dieses Auszahlungsprofil von einem Zertifikat schon darauf maßgeschneidert ist, auf die gewünschten Kursverfall zu spekulieren. Sagen wir mal, es gibt ein Zertifikat von einer bestimmten Bank, dessen Zertifikat man auf den Verfall vom Ölpreis spekulieren kann. Wenn man das will, wenn man zu der Meinung gekommen ist, ja, meiner Meinung nach fällt der Ölpreis oder wird fallen, dann erwerbe ich dieses Zertifikat. Das ist eine Schuldverschreibung normalerweise. Und der Kursverlauf dieser Schuldverschreibung, der geht dann parallel zum hoffentlich fallenden Ölkurs. Das ist mir auch schon bei meiner Trading-App aufgefallen. Ich kann jetzt nicht eine ganze Aktie shorten, sondern eben nur Derivate, Zertifikate oder Optionen. Und da fällt mir auf, die haben dann meistens einen Hebel. Das heißt, da verstärkt sich die Kursbewegung noch einmal ums Dreifache oder ums Zehnfache. Können Sie uns das noch ganz kurz erklären? Ja, der Hebel oder auch Leverage auf Englisch kommt dadurch zustande, dass man nicht, oder es hängt vom eingesetzten Kapital ab. Also wenn ich eine Aktie kaufe, die 100 wert ist und ich zahle 100, was ich normalerweise muss, wenn ich ein Wertpapier kaufe, dann ist mein eingesetztes Kapital der komplette Wert meiner Position. Und wenn dieser Kurs, wenn die Aktie um 20 steigt, ist mein Return on Investment, ROI, 20 durch 100, 20 Prozent. Ich habe keinen Hebel oder ein Leverage von 1, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich habe mein volles Geldkapital investiert und das profitiert an der Wertentwicklung. Wenn ich aber aus irgendeinem Grund für diese Aktie, die 100 wert ist, nur 80 zahlen muss oder sagen wir 50, weil ich eine gute Beziehung habe zu meinem Broker, sogenannte Margin-Möglichkeiten habe etc. und die Aktie steigt auch um 20, dann ist mein eingesetztes Kapital aber nicht 100, sondern nur 50. Das heißt, mein Profit von 20 dividiert durch 50 ist höher, als mein Profit von 20 dividiert durch 100. Und das ist genau dieser Hebeleffekt. Dadurch, dass ich etwas kaufe, aber nicht den kompletten Kaufbetrag aufwenden muss für diesen Kauf, kann ich eine Hebelwirkung erzielen. Das ist eigentlich eine Zinses-Zins-Rechnung oder eine Ertragsrechnung. Es geht natürlich in beide Richtungen. Das muss einem klar sein. Rauf und runter. Sie haben jetzt angesprochen, beim Hebel, da geht es darum, dass ich zum Beispiel gute Beziehungen zu meinem Broker habe. Also wenn ich jetzt bei meiner App nachschaue, da kann ich mir bewusst aussuchen, es gibt verschiedene Zertifikate und ich kann dann sagen, okay, das ist dreimal gehebelt, zehnmal gehebelt. Das ist also... Vielleicht kann man sich den Hebel... Man braucht immer eine Basisbewegung. Das, was ich vorher gemeint habe, der Basiswert, in dem Fall eine Aktie, die steigt um 20. Das bleibt unverändert. Und dann ist die Entscheidung vom Investor, wie profitiere ich an diesen 20, prozentuell? Ist für mich diese 20... Was ist für mich der Grundwert von diesen 20? 100, 80, 50, was auch immer. Und der Grundwert ist das eingesetzte Kapital. Mit dem muss ich die Bewegung von 20, vom Basiswert, dividieren. Und das ist mein Ertrag. Ein Ertrag ist immer... Ich rede nur vom prozentuellen Ertrag. Und so kann ich meinen Hebel darstellen. Wenn ich aus irgendeinem Grund weniger für diesen Wert von 100 aufwenden muss und dieser Wert von 100 macht 20, ist es für mich profitabler oder im prozentuell von meinem Ertrag im Prozent vom eingesetzten Kapital, als wenn ich die vollen 100 aufwenden muss. Das ist die Idee. Und dieser dreimal- und sechsmal-Hebel sagt genau, wie viel ich von meinem Grundwert weniger einsetzen muss. Also wenn ich einen Hebel habe von drei, muss ich halt nur ein Drittel wesentlich hinlegen. Das legt dann meinen Broker fest, wie viel er von mir haben will. Der wichtigste Faktor ist ihre Kreditwürdigkeit. Weil sie haben natürlich eine Nachschutzverpflichtung. Also wenn das gegen sie läuft, müssen sie Geld nachschießen. Und das Ganze nennt man Margin. Deswegen auch Margin, der englische Begriff. Ich muss für etwas nicht alles hinlegen, nur ein bisschen was. Margin heißt Grenze oder wie auch immer. Also Margin-Konto heißt, ich brauche ein Margin-Konto, wo mir der Broker oder mein Gegenüber erlaubt, das Recht einräumt, weniger als die 100, die ich brauche, um eine Aktie theoretisch kaufen zu können. Er räumt mir das Recht ein, nicht den vollen Betrag zu hinterlegen, aufzuwenden dafür. Und das hängt wirklich von meiner Kreditwürdigkeit ab, weil, wie gesagt, der Broker verlangt einen Nachschuss, wenn es gegen einen läuft. So ein Margin-Konto ist ja auch der Wien-Energie zum Verhängnis geworden im letzten Sommer, nur in einem anderen Bereich, im Bereich des Future-Handels, oder? Richtig. Also zum Beispiel ein berühmtes, das ist eben da, wo eigentlich Short-Selling, oder das, was wir auch bei SMN machen, wo man eben versucht, aus irgendeiner Logik, bei Wien-Energien war das ja keine Veranlagung, sondern wahrscheinlich eine Sicherungsstrategie, um ihre anderen Aktivitäten in Einklang zu bringen. Wenn man die Meinung hat, dass irgendeine Zeitreihe fällt, ein Kurs, dann ist ja legitim, dass man da irgendeine Position eingeht. Und normalerweise, und das machen die großen Anleger, unter anderem auch wir, da nimmt man Futures dazu. Futures bedingen ein Margin-Konto. Also wenn ich zum Beispiel, Futures gibt es ja auch auf Aktienindizes, auf dem DAX, kaufe ich einen Future auf dem DAX, der ist wert, weiß ich nicht, 50.000 Euro. Und ich habe eine Margin-Verpflichtung von 20 Prozent von dem Wert. Das muss ich irgendwo hinterlegen. Und das wird aber tagtäglich mitgerechnet. Wenn diese 20 Prozent eine gewisse Schwelle wieder unterschreiten, sagt der Broker, ruft an und sagt, bitte, ich brauche mehr Geld von euch. Und das ist da, wie in der Energie passiert, was eigentlich ein normaler Vorgang ist, ehrlicherweise. Das ist, wenn man mit Margin agiert, was ganz normal ist, und die Jahrhunderte alt übrigens, weil Futures sind ja eigentlich sehr alte, Futures sind vorwärts, das ist ja das Gleiche. Der Unterschied ist nur, Futures sind börsennotiert und vorwärts nicht. Ist eigentlich einer der ältesten Anlageinstrumente, die das gibt. Also es ist nichts Außergewöhnliches. Also um das Margin-Konto noch einmal zusammenzufassen, es geht darum, ich muss eine Sicherheit hinterlegen, wenn nämlich der Kurs gegen mich läuft, also zum Beispiel beim Short Sale, dann hat derjenige, dem ich die Aktie eigentlich schulde, Angst, dass ich ihm das nicht mehr zurückgeben kann, zurückzahlen kann, was ich ihm eigentlich schulde. Das Margin-Konto beim Short Sailing, richtig. Es ist vielleicht eine, weil Margin-Konto kann ich auch nicht nur beim Short Sailing, auch beim Long, bei jeder Position haben. Das ist relativ unabhängig, ob ich jetzt Long oder Short gehe. Aber wenn ich etwas ausfrage, muss ich Sicherheiten hinterlegen. Punkt. Und das ist eigentlich das Prinzip. Das heißt also, wenn ich mich auf das Short Sailing einlasse, dann muss ich vertrauenswürdig sein und auch entsprechende Geldreserven mitbringen. Nach der Pause sprechen wir über eine ganz konkrete Möglichkeit, Short Sailing einzusetzen, über Risiken und einige der vielleicht spektakulärsten Short Sales der Geschichte. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise. Die Behörden haben alles richtig gemacht. Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Herr Waldstein, nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, klingt Schwarzelling schon eher nach einem Werkzeug für Spekulanten. Für Menschen, die jetzt nicht spekulieren wollen, bietet es aber auch die Möglichkeit, sich abzusichern. Wenn man jetzt Gewitterwolken am Horizont heran nahen sieht, dann spricht man vom sogenannten Hedging. Wie funktioniert das? Vielleicht eine philosophische Erklärung vorab. Habe ich Probleme mit dem Wort Spekulation oder Probleme, dass es irgendwie negativ assoziiert ist, weil für mich ist Spekulation jede Aktivität, die mit Unsicherheit behaftet ist. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Jede wirtschaftliche Aktivität ist mit Unsicherheit behaftet. Das ist eben Ausprägung unseres Kapitalismus und daher gibt es Chancen, Risiken. Spekulation, wie Sie es, glaube ich, meinen, man hat halt eine Meinung über den zukünftigen Kursverlauf von einem Instrument, sagen wir es mal so, rauf oder runter. Und bei Absicherung spekuliere ich auch. Ich habe nur wahrscheinlich keine spezielle Prognose, wo es hingehen wird. Ich habe nur Angst. Aber trotzdem bin ich mit Unsicherheit behaftet. Ich habe das auch nochmal recherchiert, weil Short Selling mit Aktien, so habe ich das typische Wertpapierleihe-Geschäft, mir eigentlich, also nicht so bekannt war, als Hedging ist Absicherungsinstrument. Man kann es verwenden, das würde ich aber nicht empfehlen. Es ist relativ kompliziert. Für mich das typische, oder die typischen Absicherungsinstrumente sind Optionen oder Futures. Und man geht dann halt die Gegenposition, das ist natürlich das Absichern, man geht die Gegenposition ein von dem, was man hat. Sonst kann ich es ja nicht absichern. Und mit einer Wertpapierleihe macht es wenig Sinn, weil wenn ich eine Aktie habe und gleichzeitig sich Short ausborge und Short gehe, das macht für mich ökonomisch keinen Sinn. Da würde ich eher eine Option oder ein Future verwenden. Ja, oder ein Zertifikat. Und vielleicht, es gibt noch einen Punkt, wo wir es angesprochen haben, wie kann man das umsetzen. Es gibt auch Fonds. Neben den Zertifikaten gibt es auch Fonds, die dieses Auszahlungsprofil von einer Wertpapierleihe darstellen. Sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds, das sind ja Fonds, die genau das machen wie Zertifikate. Ja, wenn man den Fonds erwirbt, widerspiegelt der Kursverlauf von dem Fonds, von dem ETF, den inversen Kursverlauf von einer Aktie. Also sprich, wenn man permanent Short wäre. Was ist, warum erwähne ich das? Weil es gibt einen rechtlichen Unterschied zwischen einem Fonds und einem Zertifikat, weil Zertifikate normalerweise, ich als Zertifikatkäufer, als Privatanleger, bin ich Fremdkapitalgeber der imitierenden Bank normalerweise. Das bedeutet, im Konkursfall, dass ich dann in die Quote falle. Während bei einem Fonds, ein Fonds ist ein aussonderbares Vermögen, das im Kursfall nicht unter die Quote fällt. Das ist quasi ausgesondertes Vermögen. Das ist ein großer Unterschied. Also der Fonds gehört immer mehr. Ist eigentlich eine eigene Rechtsperspektive. Genau, richtig. Genau. Mir würde es noch interessieren, warum im Fall von Hedging lieber Optionen und Zertifikate als Aktien? Oder Futures? Oder Futures? Weil es einfach meinen gewünschten Effekt viel besser darstellt und ich mir nicht noch eine zusätzliche Risikoquelle auflade. Weil beim Short-Selling habe ich ja, wenn ich mich absichern möchte mit einer Option oder zahle ich eine Prämie und das war's dann. Entweder tritt mein befürchteter Fall ein und mein Bestehensportfolio verliert einen Wert und meine Absicherung sorgt dafür, dass ich summa summarum nichts verliere. Absicht der Risikoprämie. Wenn mein Absicherungsfall nicht eintritt, habe ich die Risikoprämie, also die Absicherungsprämie bezahlt und das war's. So ähnlich wie eine Versicherung. Wenn ich das weiterspielen möchte, wie zum Beispiel einem Short-Selling, habe ich eine neue Risikoquelle, dass, weil ich ja nicht dasselbe Instrument maßgeschneidert mir ausborge, weil es ja keinen Sinn macht, sondern ich wäre wahrscheinlich, wenn ich zum Beispiel, ich habe, mein Portfolio besteht aus 10 DAX-Werten und ich werde vielleicht dann als Absicherung andere DAX-Werte Short gehen, Short mehr Ausborger, sowas, dann habe ich eine extra Risikoquelle, dass genau diese 10 Werte, die ich mir ausgeborgt habe, zwar steigen im Absicherungsfall, aber meine eigenen nicht, also meine eigenen Fallen. Das heißt, meine Absicherung hat nicht funktioniert oder nicht gut genug. Ich habe nicht die beste Versicherung abgeschlossen für meinen Zweck, den ich eigentlich ursprünglich wollte, eben die Absicherung von meinem bestehenden Portfolio. Es ist machbar, aber es ist unsicherer. Also die Absicherung ist weniger perfekt oder weniger effizient, als wenn ich das eigentlich über Optionen die beste Möglichkeit darstellen kann. Bei Aktien jetzt, das hängt davon ab. Und wenn wir uns so einen ETF anschauen, halte ich den dann langfristig oder mache ich das nur kurzfristig, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt davon aus, dass in den nächsten sechs Monaten die Aussichten an der Börse schlecht sind und da kaufe ich mir diesen ETF, um ihn dann wieder zu verkaufen oder es tatsächlich etwas, was langfristig eventuell sogar mit einem Sparplan Sinn macht? Also ein ETF, der nur im Aktienbereich auf fallende Kurse setzt. Vielleicht noch zur Erklärung, wenn ich einen ETF oder irgendeinen Fonds kaufe, der nichts anderes tut, als auf fallende Kurse setzt, kaufe ich trotzdem das Wertpapier. Also ich bin nicht short den Fonds. Ich kaufe den Fonds, aber das Auszahlungsprofil, die Wertentwicklung von dem Fonds ist negativ oder inverse zu der Wertentwicklung vom Underlying, weil wenn ein, sagen wir mal, ich kaufe ein ETF, dessen Strategie ist nur short den DAX, sonst nichts. Dann kaufe ich den Fonds und der verliert genau, der macht genau das Gegner wie der DAX-Index im besten Fall. Daher gibt es natürlich eine Grenze nach unten, im theoretischen Fall kann der nach zu Null, während nach oben habe ich unbegrenzte Steigerungsmöglichkeiten. Das ist halt der große Unterschied. Es ist eben nicht symmetrisch fallende und steigende Kurse. Also es geht einfach darum, mein ETF wird umso mehr wert, je schlechter es dem DAX geht. Der DAX und daher wird man wahrscheinlich eher eine kürzerfristige Sichtweise haben. Wenn man der Meinung ist, langfristig werden die Aktien fallen, dann wird man sein bestehendes Portfolio eher verkaufen. Warum soll man es dann halten? Schauen wir jetzt noch einmal konkreter auf die Risiken von Short-Strategien. Wenn ich eine Aktie ganz normal kaufe und die hat, sagen wir, einen Wert von 30 Euro, dann kann ich maximal 30 Euro verlieren, weil der Kurs geht auf 0 Euro vielleicht und dann sind diese 30 Euro weg. Wenn ich jetzt eine Aktie shorte, quasi um 30 Euro, dann kann der Aktienkurs in der Zwischenzeit beliebig hoch steigen, zum Beispiel auch auf 100 Euro. Dann verliere ich 70 Euro. Ist das Risiko beim Short-Selling also doch viel höher als beim normalen Investment, oder? Richtig. Alleine schon das, was Sie beschrieben haben, das potenzielle Auszahlungsprofil ist komplett asymmetrisch. Sprich, mein Verlustrisiko ist unbegrenzt, während im Gegenteil, was Sie beschrieben haben, ich halte eine Aktie, ich kaufe sie und spekuliere auf steigende Kurse, dann ist mein Risiko begrenzt mit 0, also mit dem maximalen Kurs von 0. Das ist der große, große Unterschied. Es kommt dazu noch, das, was ich eingangs geschildert habe, bei der Technik, bei der Umsetzung, die Werbebeleihe, eben das Ausbauen von Urkunden, da kommen extra Risiken noch dazu in der Umsetzung, eben die Werbebeleihe, die Devententenzahlungen, das Risiko, dass ich das zurückgeben muss vorzeitig. Das heißt, ich muss da gute Nerven mitbringen. Kann man das trainieren oder haut man das? Ich glaube, also ich bin jetzt kein Daytrader, aber ich glaube, das ist ehrlicherweise die Veranlagung. Also meine offizielle Meinung ist, man muss ein Spielertyp sein. Okay. Das ist sehr nahe dem Casino. Und können Sie uns einen konkreten Fall von einem Short Sale erzählen, der wirklich dramatisch in die Hose gegangen ist oder der auch wahnsinnig erfolgreich war? Vielleicht gibt es da ein berühmtes Beispiel aus der Geschichte. Ja, also es gibt einen Herrn, Jim Janus, der hat gegründet einen wirklichen berühmten Hedgefonds namens Kynikos, griechisch vor zynisch. Und dessen Hedgefonds, die einzige Anlagerstrategie, die er verfolgt, ist Werbebelei. Und wie kommt er zu seinen Targets oder zu seinen Short-Investitionen durch, was ich vor Eingangs erwähnt habe bei den verschiedenen Anlagestrategien? Der ist eigentlich das Gegenteil von Warren Buffett. Warren Buffett ist bekannt geworden, ich analysiere Unternehmen mit der Bilanzanalyse, was Sie vorher angesprochen haben, und bin der Meinung, das Unternehmen ist billig und es wird wachsen. Der Herr Jim Janus hat es genau umgekehrt. Der schaut sich Unternehmen an, der analysiert die Bilanz etc. und ist der Meinung, das ist zu teuer und das wird fallen. Und das macht er eigentlich seit, er ist 1957 geboren und er lebt noch immer und ich habe ihn auch neulich mal gesehen auf einer Konferenz. Und man darf nicht vergessen, dass die natürliche Tedenz der Aktien, das weiß er, jeder steigend ist. Also der ist eigentlich permanent einem natürlichen Feind ausgesetzt. Und das ist von der Person eigentlich der berühmteste oder einer der berühmtesten Akteure in diesem Feld. Er war sehr erfolgreich mit Enron, vielleicht noch zur Erinnerung, das war 2001, wo er Short Enron war und dann ist Enron kollabiert und seine Profite waren dementsprechend hoch und der hätte auch Wirecard. Es gibt aber viele Fälle auch, wo es nicht funktioniert hat. Ein berühmter Fall war auch Porsche. Also die Übernahme, wenn ich das korrekt noch im Kopf habe, von der Porsche-Familie, von VW. Und Porsche war kleiner, VW viel größer. Und da haben halt viele Marktteilnehmer, Short Seller, dagegen gesetzt, dass es nie funktionieren wird. Das Problem war dann, dass irgendwann Porsche bekannt gegeben hat, dass Porsche, ich glaube, 70 Prozent vom verfügbaren Aktienreservoir die Anrechte drauf hat über Derivate. Darüber verfügen kann. Die 20 Prozent waren sowieso von VW, das Land Niedersachsen, glaube ich. Die hätten sowieso nicht verkauft. Das heißt, ungefähr 10 Prozent oder die Details, weiß ich nicht, waren noch verfügbar für die Short Seller, um ihren Short Trade zu vervollständigen. Was ist, weil wir brauchen ja zwei Teile. Erster Teil ist die Werbebeleihe. Das ist einfach. Oder einfach. Ich borge was auch und verkaufe. Aber ich muss irgendwann zurückkaufen billiger, damit ich profitabel bin. Das heißt, ich muss die Aktienmarkt irgendwo bekommen wieder. Und dadurch, dass die VW-Aktie 80 oder ein großer 80 Prozent im Besitz von Porsche war, über Derivate noch dazu, was rechtlich heikler war wegen Transparenz. Dann die anderen 20 Prozent im Eigentum von einem Investor waren das Land Niedersachsen, das nie verkaufen wird. War sehr wenig plötzlich da, um ihre Short-Wetten zu covern, zu decken. Und das ist ein sogenannter Short-Squeeze, wenn plötzlich Marktnehmer fanatisch suchen oder müssen suchen, eine Aktie zum Kaufen. Weil sie Verpflichtungen haben, diese Aktie irgendwie weiterzugeben. Und dann ist natürlich die Porsche-Aktie auf über 1000 Euro kurzzeitig gestiegen. VW war, glaube ich, kurzzeitig der größte Konzern weltweit personmäßig. Ich glaube, die Fakten müssen noch genauer, aber ungefähr so. Und die Short-Seller haben extreme Verluste gemacht, weil sie halt die Aktie müssen zurückkaufen, weil sie haben die Verpflichtung von der Laie, haben sie halt viel höher einkaufen können, nur, und dann zurückgegeben und dadurch einen massiven Verlust. Das war ein spektakulärer Short-Squeeze, wo Short-Seller, je nachdem, wo sie es ausgepackt haben, auf die sehr viele Verluste eingefahren haben. Nur damit wir uns die Größenordnungen vorstellen können, ich glaube, George Soros hat ja mal eine spektakuläre Wette gegen das britische Pfund gemacht, wo er dann am Ende eine Milliarde Dollar oder so gewonnen hat. Das ist eben genau der Punkt, der eigentlich fast öfter vorkommt in der Finanzwelt, als dieses klassische Short-Selling bei Aktien, ist es eher diese Short-Wetten auf andere Instrumente wie Währungen, Zinsen, Rohstoffe. Das machen wir zum Beispiel tagtäglich. Wir handeln Short auf alles mögliche. Und diese Wettbebelei ist ein Spezialthema bei Aktien, aber auch bei Unternehmensanleihen. Wir haben ja jetzt schon vom zynischen Herrn Janus gehört, ganz kurz. Short-Seller haben ja doch eher den schlechten Ruf in der Öffentlichkeit, dass sie auch absichtlich darauf hinarbeiten, dass Unternehmenskurse fallen oder eben Währungen fallen. Hat man da als Short-Seller manchmal ethische Bedenken bei dem, was man da macht? Ich meine, profitiert man davon, dass es einem Unternehmern oder einer Branche oder vielleicht auch am ganzen Land schlecht geht? Nein, weil man kann das nicht eins zu eins auf die gleiche Stufe stellen. Es fängt zum Beispiel an mit, was Sie, jetzt nicht böse gemeint, aber gemeint haben, Währungen fallen. Eine Währung ist immer ein Paar. Pfund gegen Dollar oder Pfund. Ich weiß nicht, wenn der Pfund schwächer wird, steigt der Dollar. Also das ist die eine Geschichte. Und es gibt immer Vor- und Nachteile, wenn eine gewisse Währungsrate im Kurs sinkt. Ich finde, also bei Einzelaktien, es ist wichtig, dass es diese Leute gibt, diese Marktteilnehmer, weil wenn Aktien immer nur steigen könnten, was in der Finanzkrise, Naked Short Selling ist verboten, was ich kaum mehr vorkomme. Ganz kurz, was ist Naked Short Selling? Das ist nämlich extrem, wenn man Short geht, also sich die Aktie verkauft, aber ohne sie vorher ausgepackt zu haben. Auch das geht. Das gibt es oder gab es. Und das sind dann die sogenannten Failed Trades. Also bei einem Aktien oder bei jeder Wertpapiertransaktion gibt es die Execution, die Transaktion, Kauf und Verkauf und dann das Settlement. Dann wird sie abgerechnet, Abrechnung. Und die ist meistens zwei bis drei Tage später. Und wenn man bis zum Settlement nicht die Aktie produziert, die man verkauft hat, dann ist es ein Failed Trade, weil dann wird der Trade gecancelt. Und auf dem Schaden bleibt man dann sitzen oder je nachdem, ob es ein Profit war oder wie auch immer. Das ist eine sehr spezielle Art des Short Gains und das wurde verboten, auch in Amerika. 2008. Also ich finde, was ist ja die Idee von einem Kursverlauf, dass eigentlich der faire oder von einer Aktie, dann machen wir es einfacher, Aktienkurs. Der Aktienkurs sollte doch irgendwie den fairen Wert des Unternehmens widerspiegeln. Und der fairen Wert ist ja keine mathematische Größe, weil wenn das wäre, das ist die sogenannte effiziente Markthypothese, dann gäbe es ja keinen Handel, dann gäbe es ja keine Unsicherheit mehr. Wenn jeder weiß, dass VW 100 Euro wert ist, dann war es das. Aber es gibt eben nicht den fairen Wert, der global festgesetzt wird, sondern jeder Investor hat seine eigene Meinung, seinen eigenen fairen Wert. Und dadurch kommt das Ganze überhaupt zustande, diese ganze Börsenaktivität. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn viele Investoren der Meinung sind, dass einfach Aktien weniger wert sind, dann müssen die auch fallen können im Kursverlauf. Und wie kann eine Aktie fallen? Entweder verkauft man sie als Besitzer, das passiert oft, und dadurch Angebot der Nachfrage, wenn plötzlich das Angebot einfach nur weniger da ist, dann wird der Preis sinken, damit irgendwann wieder mal ein Match zustande kommt. Oder aktive Teilnehmer wie eben Schauzähler. Also ich glaube, für das Funktionieren einer liquiden und wichtigen Börse sind Marktteilnehmer, die eine Meinung haben, die auch Beinhalte als Kurse fallen können, sehr wichtig. Und warum ist eine Börse wichtig? Für unseren ganzen Kapitalismus, Wirtschaftssystem etc. Wir sind mit unserer Zeit heute schon ziemlich am Ende, aber können wir zum Schluss noch einmal kurz zusammenfassen, für wen von uns könnte sich Short-Selling tatsächlich lohnen? Wer sollte eher die Hände davon lassen? Und wenn ich das machen will, worauf muss ich unbedingt achten? Also es lohnt sich für jeden Marktteilnehmer, ob jetzt privat oder institutionell, der eine Meinung hat über einen zukünftigen Kursverlauf, der fällt, eine starke Meinung hat. Wenn man das hat, dann bin ich der Meinung, und sowieso an der Börse oder in diesem Finanzspekulationsthema irgendwie involviert ist, soll er das machen oder soll sie das machen. Das ist der erste Schritt. Also der erste Schritt ist eine Meinung zu haben, ob etwas im Kurs fallen wird in Zukunft, ja oder nein. Einfach so, bringt es nichts. Wenn man das hat, dann muss man sich überlegen, mit welchem Instrument oder wie setzt man das um? Und da ist meiner Meinung nach, außer für Hedgefonds und andere sophistizierte Markteinnehmer, die Werbepapierlei, wie ich sie beschrieben habe, Aktie ausbauen, zurück einkaufen, nicht tauglich für alle anderen. Selbst für die großen institutionellen Spieler wie Pensionskassen etc., die haben da auch keine Fragen und dürfen das ja auch gar nicht. Man sollte da eher dann mit Optionen machen oder mit Futures, wenn man kann, oder Zertifikate beziehungsweise ETFs, die so ein Auszahlungsprofil darstellen. Und das würde ich dann als gut empfinden. Weil nochmal, ich finde, eine funktionierende Börse kann nur funktionieren, wenn es auch Markteinnehmer gibt, die eine andere Sicht der Dinge haben als andere. Und wenn man wirklich der Meinung ist, dass etwas fallen wird in Zukunft, dann soll man das auch umsetzen. Kleinanlegerinnen sollten sich das also auf jeden Fall gut überlegen, was sie da machen. Josef Waldstein, vielen Dank für diese Einführung in die Welt des Short-Sellings. Danke. Ich nehme mir von heute, also mit, Short-Selling ist hochkomplex und extrem risikoreich. Als Privatanlegerin kann man das zwar ausprobieren, braucht aber auf jeden Fall einen guten Plan, wie man da vorgeht. Vielen Dank auch heute fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge sehr gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns doch weiter, gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns am besten eine Mail an podcast at derstandard.at Ich bin Michael Windisch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Doris Briesching. Und ich bin Michael Steingruber. Und gemeinsam sind wir serienreif. Das ist der Standard Podcast über die spannende Welt der Serien. Genau. Bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht. Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul. Und zerlegen die neueste Marvel-Serie. Wenn nötig. Serienreif. Euer Streaming-Podcast jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.